Was kommt ab? Wie war denn die Freundin? War die hier oder so? Alte Bahnhof stand da drauf. Alte Bahnhof steht, stand hier drauf drauf. Und wo ist sie geschöpft? Die Sonnenbahn. Kann ich auch hochklettern? Und hier gibt's jetzt Infotischen. Hier haben wir jetzt. Der passt jetzt mit Aufklärung. Und wie ist sie? Wie ist es denn da noch? Ist das denn du kannst nichts mehr Porque alle vier首先 haben und dann Dob intelligence! Musik 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 21. Wie zu viel leben, Alter, in unserer Gesellschaft. Was lassen wir? Ja. Was lassen wir den 10.000 Minuten? Schon vor 20 Jahren abgestellte Lerga, als früßes Oktober auf der Königstraße in der Türke, für das Gärtschen im Urlaufe der Höhe des Abstandes. Geil. Ja, ja. Das hat die blöde Mittzauner gekostet. Ja. Zieh mal hier! Es ist schon darin, wenn sie sich lohnen. Es gibt auch die Fluchtzwelle. Aber jetzt sind es da. Im Milchpflichtzwelle. Die Oerlinge, die Vorschläge haben. Die Arm hoch. Sie waren auf. Sie waren auf. Oder, der. Die Reifen könnten etwas dicker sein. Die Blasi hat auch so ein langes Dreirad gemacht. Guck mal, da hinten gibt es einen Hamburger Fisch. Ihr habt schon mal ein bisschen langes Dreirad gemacht. Wir haben ja schon mal einen Kopf auf. Eine Ratsdauer an der großen Fischung, am Kampfer, der hat 2 Anngets gesuchten. Ihr habt auch noch einen Krieg in der Welt vorbei. So I'm just gonna take you up. 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 So I'm just gonna take you up.